So und jetzt sind wir startklar, Franz Reutinger, Wissen ist Gesundheit, Gesundheit ist Wissen, Gesundheit ist Macht, so heißt es hier. Und ich übergebe einfach mal das Mikrofon an Franz und sage viel Spaß. Franz, du bist on air. Danke Klaus. Mein Name ist Franz Reutinger, ich komme aus dem schönen Hausrückviertel in Oberösterreich und beschäftige mich seit 25, 30 Jahren mit möglichen Auswegen aus dieser Misere, die Jutta als Vorrednerin so wunderbar erzählt hat. Ich bin geboren mitten im Lande, ein Naturkind und in sehr guter Freiheit. Das heißt also, meine Prägung bis zum fünften, sechsten Lebensjahr war sehr frei und naturverbunden. Ich hatte in deinem Zusammenhang einfach als großes Wesen sehr schöne Erfahrungen und intensive Erfahrungen. Ich habe mich sehr groß gefühlt. Ich habe mich zum Beispiel als Dreijähriger aufs Dreirad gesetzt, bin über die Straße gefahren, wo die Autos hin und her gezwitschert sind, wie mein Vater nicht hier war. Und ich habe genau gewusst, um was es geht. Nur ich war in einen kleinen Körper eingesperrt. Das war die Schande. Oder ich bin aufgrund von Ängsten sehr intensiv geschüttelt worden, Angst von der Mutter wegzukommen. Und ich habe einfach mich beim Körper in das Gitterbett gelassen und bin meiner Mutter nachgeschwebt. Außerkörperlich, um bei ihr zu sein. Natürlich, mit der Zeit hat sich das immer mehr abgeschwächt und ich hatte Angst, ich wäre nicht ganz normal. Und auch von der Umgebung als nicht normal bezeichnet zu werden, wenn ich über solche Themen sprach. So schwieg ich bis zum 25. oder 30. Lebensjahr über dieses Thema. Das heißt, ich habe sehr viel in der Natur verbracht, sehr viel mit Bäumen, mit Wasser gesprochen. Und die Bäume, Blätter und so weiter waren meine wirklichen Freunde, sonst hat mich niemand verstanden. Und von dort war mein Start. Und der erste Anschlag auf mein Wesen, auf mein großes Wesen, war die Schuleinschreibung und die erste Klasse Volksschule, wo ich dann konfrontiert worden bin mit Macht. In einer ausgeprägten Art und Weise. Und es lag sogar eine Flurtablette auf meinem Tisch, damit meine Zähne gesund bleiben. Das heißt also, der erste Anschlag, so als Wesen, als kleines Wesen auf mich, basierte mit der Schuleinschreibung und mit der Schule. Und das gesamte System stülpte sich über mein Wesen. Ich war sehr erfolgreich dann in der Schule, habe immer die Lehrerschaft herausgefordert, nur indem ich blauäugig ehrlich fragte. Und das war schon zu viel des Guten und es gab sehr viel Ohrfeigen und sehr viel Depression. Also man wurde gebrochen. Nur ich bin Linkshänder und ein Linkshänder braucht drei Schläge am Hinterkopf und ein Rechtshänder genügt meistens einer. Das ist der Unterschied so biologisch gesehen. Und ja, ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Nachrichtentechniker, wo ich dann lernte, in der neuen Informationszeitalter mit elektromagnetischen Wellen Stimmen zu übertragen, sprich Radio, Fernsehen, Übertragung und so weiter. Und habe mich dann beruflich, habe beruflich versucht, Karriere zu machen. Und wieder und wieder dasselbe. Ich machte den Mund auf mit meiner blauigen, ehrlichen Art und ich bekam Schläge. Die menschliche Art von klein auf dieses Wesen war nicht ganz zu Boden gedrückt, war nicht ganz gebrochen. Mein Vater war ein normaler Arbeiter, meine Mutter war Bäuerin und so weiter. Also auch vom Startpunkt her war ich sehr bodenständig. Als ich dann Karriere machte, musste ich lernen, wie die weitere Vorgangsweise eigentlich ist. Das heißt also, die ersten Aktionen als Abteilungsleiter zu sein mit 28 war, dass er mit den Vorbildern gezwungen wurde, mehr oder weniger als verheiratete Mann in das Portell zu gehen. Ich habe nicht verstanden seinerseits, warum sie das tun. Aber später habe ich es gewusst, um ein Druckmittel gegenüber meinem Wesen zu haben. Ich habe es nicht getan, ich war verheiratet, hatte zwei Kinder und war zufrieden von diesem Standpunkt her. Nur die Karriere blieb stehen und ich flog raus, weil ich nicht dem Folge leistete, was gefordert wurde. Oder ich stellte mich immer wieder für die Menschen hin, als Abteilungsleiter, als Gruppenleiter vor den Chefs. Die Chefs haben nur eines im Sinn, das bedingungslose Ja, das von oben gefordert wird, umzusetzen. Egal. Und wenn es heißt, der Ferdinand, der jetzt schon zehn Jahre in der Firma ist, muss am 5. Mai in drei Monaten gekündigt werden, obwohl er sich wohlfühlt und das Beste gegeben hat. Und dann schaut mir diese leitende Person mir in die Augen, das hast du jetzt stillschweigend bis zum 5. Mai durchzuhalten, geh wieder auf ein Bier, damit er spurt. Er darf nicht wissen, dass er gekündigt wird, weil wir brauchen die Arbeitsleistung noch bis zum 5. Mai. Und ich sage dann dann von der menschlichen Seite her, ich sage es heute Abend, weil ich gehe mit dem Ferdinand schon fünf Jahre auf ein Bier, weil er ist Mensch. Und er hat ein Recht, es zu erfahren und so weiter. Das heißt also, Jutta, was du so wunderbar gebracht hast, diese Hierarchie-Machtausübung, beginnt nicht ganz oben, die beginnt in unserer Umgebung, die beginnt bei meinen Schulkollegen, mit denen ich groß geworden bin, ich als bläugiger Mensch mit einem Wesenskern, der so geprägt ist, und mein Schulkollege, der anders geprägt ist, und mein Schulkollege, mit dem ich 20 Jahre arbeite und ihr in deiner Hierarchie habt, und der kennt mich seit 30 Jahren, macht ja das Gleiche und vernichtet mich existenziell, weil ich nicht bedingungslos Ja sage. Und im Prinzip ist es eine große Aufgabe, dieses Bewusstsein, dass wir alle sind, wir sind großes Bewusstsein, allumspannend und in jeder kosmischen Ecke sind wir verbunden. Es ist Zeit, dieses Wissen, wie du es auch so schön dargelegt hast, unter die Menschen zu bringen, dass sie zum Nachdenken beginnen und diese Imbalance sich dagegen stellen. Mir hat das jedenfalls alles die Existenz gekostet, weil ich bin mit dieser Haltung ausgestiegen aus Industrie und so weiter und wollte tatsächlich im alternativen Bereich was umsetzen. Das heißt also, ich bin ausgestiegen, habe mich selbstständig gemacht, fahrlässige Geräte gegenüber meiner Familie und meiner Frau begangen. Ich bin eingestiegen in die Wasserinformationstechnologie, habe mich fünf Jahre, sechs Jahre schon vorher beschäftigt, wie kann man Wasser nur mit Strukturveränderung auf eine Schneeflocke heilen und den Chemiedruck von den Abwässern senken, den gesundheitlichen Druck für Menschen und Arbeiter senken. Das war meine Vision. Ich hatte aufgrund meiner intuitiven Anlagen, bis Chile, bis Berlin, bis Frankreich, habe ich meine Mission erfüllt, indem ich vor sieben, acht Diplom-Ingenäuren und Chefs die Vorteile der Schwingungsinformationstechnologie für Wasser Ihnen erzählt habe, welches Potenzial für Menschen und für Umwelt mit Welt da ist. Ich hatte aufgrund meiner Art sogar immer wieder von zehn Leuten in den Entscheidungsgrämen eins, wo die positiv interessiert waren und haben mir den Auftrag erteilt. Und das waren intuitive Aufträge, auch von der Dimensionierung her und so weiter. Wir haben dort eingebaut, in Extrusionsanlagen, in wirklichen Anlagen, wo sehr viel Wasser als Kühlungsmedium benötigt wird, wo sehr Tonnen an Chemie da rein müssen, damit dieses Wasser nicht bricht, damit der Produktionsablauf gewährleistet ist, damit die ganzen Kühlmaschinen und die ganze Technik funktioniert und die seinerzeit zwei Millionen Schilling Produktionskosten oder Produktionsaufträge abgewickelt werden können. Es hat funktioniert. Interessanterweise, es hat funktioniert. Die Anlagen wurden eingeschaltet und es konnten zigzehntausende Euro pro Monat an Chemie eingespart werden, die Abwässer wurden reiner, es konnte eingeleitet werden, die Mitarbeiter brauchen keine Handschuhe mehr oder hatten keine Atemprobleme mit der Resistenzstufe und so weiter. Es hat funktioniert. Aber was geschah? Eines Tages werde ich angerufen, bei einem Beispiel von vielen, werde ich angerufen, die Anlage geht in Korrosion. Wir haben pro Tag zwei Millionen Schilling Produktionsausfalt, wir haben 25 Jahre schon produziert und nur weil du mit deinen komischen Modulen, da wie es jetzt fängt es an zu korrotieren, noch nie gehabt, kaum sofort. Ja, ich bin ein Einzelunternehmer gewesen mit Frau und Kind und Kinder und komplett auf eigene Gefahr unterwegs. Ich habe auf eigene Gefahr mit Modulhersteller geredet, ich habe auf eigene Gefahr das intuitiv einfach umgesetzt. Was kommt raus? Also, ich bin existenziell schachmatt, zwei Millionen Schilling pro Tag Produktionsausfall mit meinen Anlagen, ich als Kleinunternehmer und so weiter. Ich kann mich erinnern, der Chef, der auch ein Entscheidungsträger für die neuere Technologie war, erzählte mir oder sagte mir ganz leise, Herr Reutinger, ich werde recherchieren. Wenn Sie es verursacht haben, zahlen Sie die Rechnung, wenn es ein anderer ist, dann ein anderer. Sechs Wochen später ruft er mich an und natürlich sind wir bei der Existenzkrise, sind wir bei der Fettleber, sind wir bei der Nierensammelräuren, sind wir beim totalen inneren, fast Zusammenbruch meines Immunsystems existenziell gesehen, in diesen sechs Wochen. Aber, nach sechs Wochen werde ich angerufen und er erzählte mir, ich sei raus, er hat die Ursache gefunden. Der namhafte Chemiehersteller, Konzern, der schon 20 Jahre lang Millionen an Schillingen Aufträge von dieser Firma für die Wasserbalance oder für die chemische Wasserbehandlung bekommt, hat seit ich aufgetaucht bin, einen Umsatzeinbruch gehabt. Ja klar, weil wir haben ja mit Schwingungssystem dem Wasser gesagt, erinnere dich doch, du Klumpen, du bist eine Schneeflocke. Und wir haben das Wasser aufgedreht auf Schneeflocke-Strukturen. Und wenn du Wasser aufgedrehtst auf Schneeflocke-Strukturen, dann hast du hunderttausende Antennen in hexagonaler Form und die schließen sich sofort kurz mit den Lichtschwingungen unseres Kosmos und setzen die Biologie im Gang und dann entstehen da drinnen Mikroben, die selber das Wasser reinigen, nur brauchen sie bei diesem Druck, bei dieser Machtausübung in unseren industriellen Systemen, braucht der Wassertropfen eine Stimme, erinnere dich. Ein Schwingungselement, eine Lichtantenne, erinnere dich, erinnere dich, Liebe, erinnere dich. Und durch diese dauernde Säuselung dieser Strukturen geht das Wasser in Schneeflocke-Strukturen über und reinigt und braucht weniger bis keine Chemie. Und trägt sogar kostenlos die Ablagerungen fort, die sich jahrelang gebildet haben und, und, und. Also dieser namhafte Chemiehersteller hat dem Instandhalter, dem Chef-Instandhalter, Geld in die Tasche gesteckt, Schmiergeld, hat ihnen eine Dose höchstes Korrosionsmittel von diesem Hersteller gegeben und hat gesagt, schütte es rein. Also, meine Erfahrung in diesem Punkt ist, dass aufgrund meines Wesens, was ich schon kurz geschildert habe, ich hatte einen Schutzengel. Ich hatte einen Schutzengel und ich hatte eine Verbindung, dass ich nicht total abgestürzt worden bin. Und diese Geschichten in diesen Druckverhältnissen von Abteilungsleiterebenen, auch von der Lieferantenebene bis hin zur Kontenebene, ist einfach phänomenal stark und existenziell vernichtend. Und im Prinzip ist es, im Prinzip ist diese Geschichte, diese Geschichte, die hat mich sehr geprägt und das hat dazu geführt, dass ich mit diesen, mit diesen Herausforderungen meine Frau verloren habe, existenzielle Gründe, meine Kinder verloren habe, mein Haus verloren habe, meine Gesundheit verloren habe und ich lag alleine irgendwo in einem Zimmer und es war niemand da. das heißt also, mit denen man sich mit solchen Schwingungsgeschichten oder mit solchen Alternativrichtungen beschäftigt, muss auch jeder wissen, dass es eigenverantwortlich mit sich selber abgeglichen werden muss. Je radikaler desto gefährlicher ist man draußen aus der Gesellschaftskurve. Ich muss zwischen Existenz und zwischen neuem Wissen und zwischen Alternativen gegenüber der Krake, also wenn man es ganz umschaut, sehr sehr eigenverantwortlich vorgehen. Und derjenige, der es aufgrund innerer Verzweiflung oder auf irgendeinem Grund es zu radikal macht, ist, ich komme aus dem Alternativbereich als Energetiker, als Bioenergetiker und habe viele Kontakte mit geschüttelten Menschen und kommen viele zu mir. Der Hauptgrund, warum die eine Diagnose haben, sei es Diabetes, sei es Krebs und so weiter, ist einfach, sie haben sich selber überholt. Genauso wie ich mich selber überholt habe, bis an den Klippen von Kornwoll. Wenn ich nicht, wenn ich nicht die Führung gehabt hätte, von der geistigen Welt, dass ich kurz vor den Klippen von Kornwoll runterfalle und den Existenzsumpf ersaufe, weil es alle wollten, ja, für mich würde es es nicht mehr geben. Und ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang war eines und ist auch eines, dass ich angefangen habe, neun Jahre bevor alles zusammenbrach, mich mit Alternativen zusammen auseinanderzusetzen. in allen möglichen Richtungen, spirituell, neue Medizin, Dr. Hamer zum Beispiel, Weltraummedizin ist schön aussagen, was es an Schwingungsunterstützungen gibt und und und. Das heißt also, ich hatte neun Jahre Zeit, alternativ zu studieren und alternativ meinen Wesenskern zu finden, zu finden, dass ich ein großes Wesen bin, Erinnerung an das dreijährige, fünfjährige Wesen, wie es gegangen ist. Erkennen, dass ich ein großes Wesen bin und so zugedeckt worden bin. Und durch diese Auseinandersetzung in dieser ganzheitlichen möglichen Art von mir, war ich auch dann fähig, diese gewaltigen Erschütterungen zu überleben. Dass wir aus verschiedenen Ebenen, geistigen Ebenen bestehen, ist sonnenklar. Das hast du so schön im letzten Vortrag gesagt. Das heißt, wir sind ein großes Bewusstseinsfeld und Wesen, das aber schon bei Geburt trotzdem im Eiweißbereich, im Proteinbereich, im DNA-Bereich vorprogrammiert ist. Durch die Eltern, durch die DNA-Strukturen der Eltern, die Programme meiner Ahnen. Und dann kommen noch die Programme drauf. Mein Großvater, zum Beispiel mit dem bin ich sehr stark verbunden, der ist 1935 gestorben, also 25 Jahre später, als ich geboren bin. Oder 23 Jahre. Mein Großvater hatte die gleichen energetischen, grundlegenden Anlagen wie ich. Und hat sich selber überholt seiner Zeit in den 20er Jahren. Hat sich auch mit alternativen medizinischen Systemen beschäftigt. Und zum Beispiel, da war Elektromedizin, so ein Thema, habe ich gefunden im Dachboden. Aber was war? Er hat diese Turbulenzen nicht überlebt. Er ist in 35 Jahren Vater von sieben Kindern gestorben. Und dieses Thema, existenziell nicht überleben zu können, zu dürfen, oder dieses Thema, Selbstwerteinbrüche zu haben, bis ins tiefste Innere. Was eigentlich der Grund war, dass, wie mein Großvater es nicht geschafft hat, weil er die Belastung, die er sich ausgesucht hat, zu groß hat. Ist einfach ein Grund, auch sich damit zu beschäftigen. Und als mir bewusst wurde, dass ich eigentlich nur die Fäden, also ein Aspekt, nur die Fäden von meinen Ahnen übernommen habe, um diesen Faden weiter zu spinnen und zu lernen, aufzustehen. Aufzustehen gegen die gesamte Umgebung, einschließlich der eigenen Familie und Frau, um sich selber zu erkennen, war eigentlich maßgeblich. Ich war fünf Jahre in einem Krebskreis mit austherapierten Männern, speziell, hat Frauen auch gegeben, die als austherapierte, also schon vergiftet und so weiter, diesen Weg gehen durften. Und es war die neue Medizin von Dr. Hammer als Ausweg, Möglichkeit. Nur Dr. Hammer und diese neue Medizinrichtung muss man nicht als Betroffener lernen, sondern ich muss das als Mensch lernen, wo ich noch gesund bin. Ich muss als Nichtschwimmer kann ich nicht schwimmen lernen. Ich muss als Gesunder schwimmen lernen, damit, wenn es gefährlich wird, durch die Turbulenzen durchkomme vom System her. Aber von diesen männlichen Schicksalsschlägen habe ich sehr viel lernen dürfen, welche Fehler, welche Belastbarkeit, welche Themen waren der Grund ihrer Diagnose. Mindestens 80% von den Männern war es Beziehung. Und diese Männer waren einfach der Part, der zu wenig Selbstbewusstsein hatte und haben eine Frau als Ehefrau genommen und Kinder gemacht, die stärker war, die mehr am Boden stand, die mehr wusste, was sie wollte, weil sie Kinder hatte. Im Sinne der Kinder und die Männer hatten zu wenig Selbstbewusstsein und gingen mit dem Weg, der gewaltige Treffer und gewaltige Schockerlebnisse hervorriefen. Und ich war auch in der Lage, dass meine Frau aufgrund von existenziellen Gründen meine Kinder, ich auf einmal alleine irgendwo lag, sechs Wochen lang, ohne irgendwelche Hilfe, kalter Schweiß und so weiter. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mich zu erinnern, was mir die Männer und neue Medizin und die ganzen Geschichten mir erzählt haben. Und ich realisierte, aha, jetzt bist du in dieser Situation. Jetzt hast du die Möglichkeit, entweder aufzustehen, deinen Weg zu gehen, deinen Heilungsweg zu gehen oder liegen zu bleiben und in ein, zwei Jahren das Zeitliche zu segnen. Und das waren sehr intensive Erlebnisse, wo ich aber trotzdem erleben durfte, einfach neue Medizin, Existenz und so weiter und die gesamten Symptomatiken, dass ich mit diesem Konzept, mentalen Konzept in erster Linie, dass ich die ganzen Heilungskrisen, die ich erlebt habe, durchgestanden bin. Und dass ich einfach mit diesem Konzept mich persönlich mit meiner Sensibilität, mit meinen Gefühlen und Schmerzen und ja, Ausdruck vom Körper einfach zuordnen konnte, was jetzt los ist. Und was mir sehr geholfen hat in diesem Zusammenhang vom Heilungsweg ist der, wenn du fünf Jahre, sechs Jahre in totaler, unter totalen Druck stehst und du symptomatisierst, weil der Körper das übernimmt, dann brauchst du sicherlich auch wieder drei, vier Jahre, zwei Jahre Geduld, um diesen Ausgleich schaffen zu können. Und das ist bei mir so geschehen. Ich bin also dann hergegangen aufgrund dieser Erfahrung, bin wieder in die Industrie gegangen, habe mich finanziell erholt und parallel weitergearbeitet. Welche Möglichkeiten gibt es, dass ich Menschen unterstütze, um diese Erfahrung einfach zu ermöglichen, speziell für schwere Fälle. Also mir suchen in erster Linie Menschen auf, die kurz vor der Kippe stehen. Alles probiert haben und so weiter und dann gibt es den Anruf. Ich werde dann dafür zuständig, um diese Menschen aufzurichten oder weitergehen zu lassen. Es ist interessant und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch mit den Hintergrundfeldern von unserer persönlichen, also von unserer Menschen-Situation stark beschäftigt, speziell Chakrenfelder, formgebende Felder, ätherische Felder und so weiter, Gedanken, Emotionsfelder und 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 und. Es ist interessant, dass es ja Hilfsmittel bzw. Werkzeuge gibt, wie zum Beispiel die Radionik ist. Radionik, bioenergetische Kommunikationsinstrumente, die einen Blick dahinter ermöglichen, wenn man selber nicht hellsichtig ist, das bin ich nicht. Und wo man dann den betroffenen Menschen, diese betroffene Seele einfach Informationen geben kann, wo sie sich beruhigt fühlen und wo einfach eine innere Stärkung da ist und sich in dieser Situation eine innere Stärkung entwickelt. Und es ist entgegen meiner Zielsetzung immer, sie rauszuführen aus dieser prekären Situation. Aber es ist alles geschehen. Es ist alles in der Vergangenheit geschehen, eigenverantwortlich, wo man das eigene Wesen nicht bedacht hat, wo man seine Gefühle nicht bedacht hat und von der Außenorientierung her sich selber überholt hat und in Situationen sich manövriert hat mit kompletten Schock und totaler Depression und biologischen Defiziten. Und das ist einfach der Punkt, wo man auch unterscheiden muss zwischen Lernen in gewaltigen, angespannten Situationen, wo der Leidensdruck groß ist. Franz Josef vorher hat super ein Beispiel gebracht, erst wenn der Organismus maximalen Druck erfährt, dann kann der Impuls von dem Immunsystem kommen, dass ich dagegen aufstehe und dagegen mich auflehne und den Weg nach innen und auch äußere Veränderungen durchführe. Stichwort Veränderung. Wenn jemand eine schwere Diagnose oder eine schwere Krankheit hat, dann zeigt sich eines auch sehr, sehr oft. Es ist das Schlagwort Veränderung. Veränderung, die Situation im Außen, im Tun zu verändern. In diesen Zeiten, wo ich fünf Jahre in diesem Krebskreis war, wo 95% gestorben sind und 5% haben es überlebt, die 5% hatten als erste Aktion, was sie gemacht haben, sich verändert. Sie haben den Platz verlassen, sie haben den Job verlassen, sie haben einfach ganz entscheidende Dinge geändert, die sie sich vorher nie getraut hätten, aufgrund des Selbstwertes, aufgrund der eigenen Programmierung. Wie gesagt, die radionische Unterstützung kann viel vom Hintergrund des Wesens zeigen, kann Gründe aufzeigen, warum, weshalb und den Verstand beruhigen, kann auch Fernübertragungen von Informationen geben, dass auch er sich gestärkt fühlt, wo Informationsdefizite vorhanden sind. Und somit arbeite ich mit Werkzeugen, auch in dieser Art, um Menschen in ihrer Situation wieder über die Brücke der tiefsten Krise zu führen. Als Mensch und als Begleiter, nicht als Heiler, bin ich nicht. Und ein wesentlicher Punkt, der auch als Werkzeug ich anführen möchte noch, ist die weltraummedizinische Erkenntnis, dass wir eigentlich zu 97% gesund sind, das heißt 97% unserer Zellen sind gesund, arbeiten im richtigen Modus. Wenn das nicht so wäre, würden wir nicht die Energie haben, die wir den anderen zur Verfügung stellen. Und zu 3% haben wir Zelldefizite. Sie nennen es Baustelle. Es gibt keinen Krebs in dem Sinn. Krebs entsteht nur dann, nach diesen Weltraumtypen, die mehr Wissen haben, glaube ich, ist er unten, durch Panik, durch Angst. Nur die Angst, nur die eigene innere Zerrüttung, führt Zellbaustellen, die jeden hat, aufgrund seiner Historie, führt hin in die Aggressivität. Das heißt, das Erste ist eigentlich eine Unterstützung zu finden, egal in welcher Ort, aber ganzheitlich, als Mensch betrachtet und gesehen, dass man die Menschen aus der Panik herausführt. Dass sie die Panik loslassen können, weil dann geht einfach auch der Selbstheilungsprozess in richtigere Bahnen. Das heißt, also 3% Baustellen haben wir. Und die sagen, ein Weltraum, ein Astronaut, wurde noch nie mit pharmazeutischen Produkten versorgt. Warum? Weil der Schaden oder die Nebenwirkung für die 50, 70 Billionen Zellen, die eigentlich unseren Körper, unsere Stärke ausmacht, größer ist, als dort, wo sie wirken. Sondern sie arbeiten seit Beginn an, speziell die Russen sind da sehr starke Vorreiter, mit Schwingungsmedizin. Ich habe mir ein Schwingungsgerät besorgt, akustischer Schwingungsinformationstechnologie, Genu62, hat mich auch in den Vertrieb dort einschreiben lassen, von Dr. Kempe, der das gemacht hat. und siehe da, das ist Schallinformation. Einfach eine ganzheitliche Schallinformation, die ich meinen Klienten zur Verfügung stelle. Und siehe da, es ist tatsächlich so. Wenn zum Beispiel einer eine chronische Bindehautentzündung hat, seit Jahren, der Heilungsimpuls ist tatsächlich unterstützt. Wenn einer zum Beispiel eine Fistel irgendwo hat, der Heilungsimpuls ist sehr gut. Das heißt also, diese Richtung, oben, wie die Jutta schon gesagt hat, oben wissen sie, wie es geht. Oben gibt es die Anwendungsmöglichkeiten von modernster Schwingungsmedizin. Aber es gibt auch für uns immer mehr Werkzeuge, um diese ganzheitliche Richtung zu unterstützen. Weil ich bin der Meinung, dass die Manipulation des Geistes durch die Impulse, was Jutta schon gesagt hat, einfach von der Hierarchie her, ganz entscheidend sind. Nur es kommt da noch eines dazu, wir werden ja manipuliert durch GVO, durch GAN, Food, durch elektromagnetische Wellen, durch Smart Meter, durch Handy und durch Glyssophat. Das heißt also, zu dieser geistigen gültigen und einer der Hauptschwerpunkte gültigen Bereiche haben die zusätzlich noch Barrieren reingeschoben, die uns dämpfen. Ich weiß für mich, es gibt Schwingungswerkzeuge, die diese zusätzlichen Ebenen dämpfen können und löschen können, informativ löschen können. Und das ist so meine Erfahrung von der Industrie bis zu die Teiche, bis zu den Menschen. Wenn Sie die richtige Information im Werkzeug zusätzlich kriegen, können diese zusätzlichen Barrieren, die wir, wo wir täglich konfrontiert wird, abschwächen oder sogar löschen. Letztes Stichwort Chemtrails, was mich am meisten bewegt, was da an Untersuchungen es gibt. Es ist einfach teuflisch. Und darauf, auf dieser Ebene aufgebaut, sind diese ganzheitlichen Bewusstseinsrichtungen, vom Selbstwert her, auch von dem Ich-Bewusstsein her und so weiter, ganz wichtige Selbstakzeptanz, Selbstliebe, ganz wichtige Zusammenhänge, die gemeinsam umgesetzt werden sollten. Es bleibt uns rüber, das ist einfach das Wohlwollen aller Menschen, selber aufzustehen, selber das Werkzeug zu nehmen, um gegen diese Machtrichtung aufzustehen und Energie und Aufmerksamkeit aus großes Bewusstsein hinzugeben, den Mut zu haben, aufzustehen, obwohl es Drohungen gibt. Ich habe in meinem Leben viele Drohungen bekommen, vielleicht kommt es noch mehr. Und dass wir den Mut haben, gemeinsam in diese Bewusstseinsrichtung, in diese Liebesrichtung zu gehen und weiter zu marschieren. und da wünsche ich allen ein gutes Gelingen. Danke. Danke dir, Franz Reutegard. Dankeschön. Dankeschön. Bitte. Ja, wieder war mal was Neues hier, vielleicht für die einen oder anderen. Zumindest das mit dem Wasser hat mich sehr angeregt hinzuschauen, weil wenn eine Heizung plötzlich helles Wasser herausbringt, muss ja was passiert sein. Und ich kenne nur Wasser, was schwarz ist in Heizungen. Jetzt nur ein Thema. Dankeschön für deinen Vortrag und ja, hab hier noch eine schöne Zeit hier im Heizungsauberpark. Danke. Bis dann. Jetzt haben wir gleich den Norbert Brackenwagen da und anschließend noch das Podium. Jetzt müssen wir Norbert erstmal suchen, wo er ist. Und deswegen machen wir jetzt noch eine Pause. Musik. Dankeschön. Auch hier Zuschauer auf Okidog oder besser auf KryptoTV. Weil ich muss ja noch was gut machen, weil ich ihn gestern ja vergessen habe, den Herrn Roman von KryptoTV. Aber er macht wirklich so super Arbeit, der Roman. Und ich bin auch froh, dass er da ist. Dankeschön, auch Roman. Bis dann. Tschüss. Baba. Und jetzt machen wir noch eine Pause. Musik. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.